Auf der EICMA hat KTM die lange erwartete neue größere Reihen 2 Zylinder Duke vorgestellt Und sie heißt KTM 99 Duke Aber nicht verwirren lassen 990 beschreibt in dem Fall nicht den U-Prom, sondern nur das Modell Der neue Motor hat 947 Kubik geleistet, 123 PS und 101 Newtonmeter Das ist tatsächlich, wenn man jetzt die Zahlen nur anguckt Nicht unbedingt viel mehr als der aktuelle 98R Motor mit 121 PS und 99 Newtonmeter leistet Aber die Drehzahlen haben sich geändert, besonders die des Drehmoments Das liegt bei 6750 Umdrehungen, 1000 Umdrehungen früher an als bei der R Und das dürfte sich sehr, sehr positiv auf die Fahrbarkeit auswirken Die Spitzendrehzahl für die 123 PS steigt sogar leicht auf nochmal deutlich weiter über 9 Und genau diese Spanne dazwischen ist die Definition von Elastizität eines Motors Und die ist ja im Kontext des eher hektischen KTM Sereientwins herzlich willkommen Das neue Verhältnis von Bohrung und Hub unterstreicht es Den KTM erhöht den Hub von 68,8 auf 70,4 Millimeter und vergrößert die Bohrung von 90,7 auf 92,5 Millimeter pro Zylinder Verbrauch homologierte 4,7 Liter Der neue Motor der KTM 90 Duke hängt dann auch in einem neuen Rahmen Der ist wie gewohnt aus Chrom-Oleden-Stahl hergestellt Mit angeschraubtem Heck aus Alukus Optisch klar zu erkennen ist das an der 99 Duke Nämlich an dem in den Rahmenrohren liegenden Schwingenlager Bei der 98er ist das noch außen, muss man mal genau hingucken Ist dann allerdings sehr auffällig Nötig war das wohl durch die neue Schwinge Die KTM deutlich flexibler konstruierte Also mehr Flex gegeben hat und die Steifigkeit genommen Und mit der Steifigkeit schwand dann nämlich auch die Säulen Oder diese Wabenkonstruktion, diese charakteristische Die neue Schwinge hat eine sehr glatte Oberfläche Und die soll dann auch noch 1,5 Kilo sparen Die Fahrwerkskomponenten kommen wie gewohnt bei KTM von WP-Suspension Das Federbein ist aus der Apex-Reihe und wie gewohnt und wie gehabt Direkt mit der Schwinge verschraubt, also keine Umlenkung Einstellbar ist das Ding dann in Vorspannung und Zugstufe Federweg so um die 140 mm ebenfalls wie gehabt Im Lenkkopf vorne auch eine Gabel von WP Ebenfalls aus der Apex-Reihe Einstellbar in Druck- und Zugstufe Weil wie immer KTM ganz selten die Gabel mit einer Vorspannung Einer einstellbaren ausrüstet Auch hier Federweg 140 mm Gewicht, da wollte sich KTM jetzt zur Präsentation Und nicht aus dem Fenster lehnen Bereifung bleibt mit 120, 70, 17 und 180, 55, 17 wie gehabt Kommen soll die neue KTM 99 Duke dann für 2024 Preise Auch nicht bekannt, auch nicht Ob es eine R-Version mit aufgewertetem Fahrwerk und mehr Leistung geben wird Denn, so gesehen, die 990 Duke hat das ungefähr das Fahrwerksniveau von der aktuellen GP, was man auch an der kleinen Bremse sieht Allerdings mehr Leistung als die aktuelle 890 R Und das schreit ja so ein Stück weit danach Da quasi noch mal eine stärkere Version Und Fahrwerks aufgewertete Version hinten dran zu schieben Noch zu den Preisen Die aktuellen 890er Modelle kosten ja ab 11.990 Euro für die GP Und die R 13.049 Euro Und da dürfte sich die neue wahrscheinlich am Preis der R orientieren Und da bist du ja Studierb, dass alle das berühre sind Und da bist du ja Und da bist du ja deceive dir ja ən